Durch den Wind mit Tobias Mann, hallo Sie da am Radiogerät, Silicon Valley, Deutschlands oberster Demagoge Kai Diekmann und die schwarz-gelbe Grinsekatze Philipp Rösler legen sich auf Fotos in den Armen und man fragt sich spontan, welches Geschwür da jetzt wem an den Hals gewachsen ist. Aber das Bild hatte auch sein Gutes. Wenn man bei diesem Anblick mal die moralisch fragwürdige Nähe von Politik und Presse im weitesten Sinne beiseite lässt, bleibt am Ende zumindest das wohlige Gefühl, dass hier zwei Männer öffentlich Gefühle füreinander zeigen. Auch wenn es wahrscheinlich zu weit geht, den beiden eine Liebesbeziehung anzudichten, ist das sowohl für die FDP als auch für die Bild-Zeitung eigentlich ein grundsätzlich gutes Signal, wo doch Gefühle zwischen Menschen gleichen Geschlechts immer noch nicht überall gefahrlos ausgelebt werden können. Im Land der Liebe und Leidenschaft, in Frankreich zum Beispiel, wüteten homophobe Schwachköpfe gewaltsam gegen homosexuelle Hochzeiten. Da dachte ich mir, sieh an. Dort, wo frittierte Extremitäten von Fröschen und Innereien zu Tode gemästeter Gänse ganz selbstverständlich verspeist werden, findet man sowas zutiefst Menschliches und lange Überfälliges wie die gleichgeschlechtliche Ehe abnormal und anstößig. Sesquis appelle Doppelmoral, mes amis français. Als regenbogenfarbener Ballon der Hoffnung gestartet, schnurrt plötzlich die Grand Nation wieder zum moralischen Dritte Weltland zusammen. Wir sind da anders, oder? Ganz Deutschland ist von der Homo-Ehe überzeugt. Ganz Deutschland? Eine von unbeugsamen Erz-Konservativen geführte Partei hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Die Rede ist vom kleinen Familienunternehmen CSU. Sprachrohr dieser Bewegung ist Alexander Dobrindt, der seit Jahren unter einer schlimmen verbalen Krankheit leidet. Weißbier Tourette. Darum rülpst er unkontrolliert Populismen in die Welt. Und in die Bild. Da heißt es dann, wir sind die Stimme der stillen Mehrheit. Gegen die schrille Minderheit. Die Homo-Ehe ist eine Bedrohung der traditionellen Ehe. Ist klar, Herr Dobrindt. Man kennt ja diese Dialoge morgens beim Bäcker. Du, ich wäre ja eigentlich schwul, aber bei diesen steuerlichen Nachteilen habe ich halt eine Frau geheiratet. Mal unter uns. Was ist die größere Bedrohung der traditionellen Ehe? Zwei menschengleichen Geschlechts, die sich lieben und heiraten? Oder Horst Seehofer? Insofern, Dickmann, Rösler, ihr zwei Turtel-Täubchen, macht mal was Sinnvolles mit eurer Macht. Schnappt euch die Regenbogenflagge und marschiert voran. Meinetwegen auch Arm in Arm.